Hallo und herzlich willkommen. Ihr braucht einen neuen Füllstandsensor und ihr wisst nicht, wie ihr vorgehen sollt? Dann seid ihr hier genau richtig. Im Prinzip gibt es fünf wichtige Dinge zu beachten und die schauen wir uns jetzt genauer an. Beginnen wir mit der Tankform. Hier wäre es am besten eine kleine Skizze anzufertigen. Ist der Tank groß oder klein? Wie ist die Form? Ist der rund oder eckig? Ist der oben geschlossen oder offen? Was für ein Material hat er? Oder sind in dem Tank Einbauten wie Rührwerke oder Heizspiralen? Dann sollten wir euer Medium wissen. Was wollt ihr denn messen? Ihr solltet es uns kurz beschreiben können. Ist es zum Beispiel aggressiv, also eine Säure oder Lauge? Oder schäumt es? Ist es dick oder zähflüssig, anhaftend oder abrasiv oder ändert sich sogar die Dichte? Dann die Temperatur. Ist die hoch oder tief? Oder haben wir sogar einen Wechsel aus hohen und tiefen Temperaturen? Haben wir starke Temperaturänderungen und sind diese plötzlich? Und dann brauchen wir noch Angaben zum Druck. Was ist der höchste und was ist der niedrigste Druck im Prozess? Habt ihr schnelle Druckänderungen? Und schließlich der Prozessanschluss. Wie ist die Einbausituation? Messen wir von oben, von unten oder von der Seite? Messen wir in einem Stutzen? Haben wir einen Flansch oder einen Gewindeanschluss? Oder soll das Ganze sogar hygienisch sein? Nun habt ihr alles, was ihr braucht. Ihr seid perfekt vorbereitet. Jetzt noch schnell auf die Webseite und online den Sensor konfiguriert oder er ruft direkt bei uns im Vertrieb an. Das war's dann auch schon. Lasst uns gerne in den Kommentaren eure Fragen da oder schreibt, was euch interessiert. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald!